Nutze Schrauben und Muttern, mit dieser neuen Aufgabe werde ich euch heute helfen. Wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Erstmal müssen wir hier uns ein paar Schrauben holen. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Man kann das Ganze auch aus so roten Munitionskisten bekommen, aber dann ist es ein bisschen schwieriger. Der einfachste Ort ist wirklich, wenn ihr hierher kommt zu dem Kollegen. Hier sehen wir auch so eine Munitionskiste, einmal durchsuchen. Man bekommt aber hier immer nur eine Schraube und eine Mutter sozusagen und dann kann man das Ganze halt benutzen. Wir müssen das Ganze aber dreimal machen. Deswegen müssen wir kurz diesen Kollegen hier ansprechen, denn der verkauft ein paar Schrauben und Muttern. Man kann hier insgesamt achtmal das Ganze kaufen und sozusagen achtmal ein paar Waffen aufwerten. Ich habe jetzt hier schon eine Waffe. Dann lootet ihr einfach ein bisschen, zum Beispiel hier ist eine SMG. Einmal kurz nehmen, jetzt einmal aufwerten, kurz ins Inventar gehen, einmal R1 drücken und herstellen klicken. Dann haben wir hier die Aufgabe fast abgeschlossen. Das Ganze noch zweimal machen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video ein bisschen weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video.